Also die erste Überzeugung lautet wie folgt, kritisches wissenschaftliches Denken ist das beste Werkzeug, die beste Denkmethode, um herauszufinden, was ist. Also wie eine vermeintliche Wirklichkeit beschaffen ist. Und wenn wir näher an dieser Wirklichkeit sind, werden wir bessere Lösungswege finden, um die Probleme der Gegenwart und Zukunft zu lösen. Das ist meine erste Behauptung. Und auf dieses Sein-Soll bezieht sich meine zweite Behauptung. Ich glaube nämlich zusätzlich, dass wissenschaftliches, kritisches Denken nicht nur die beste Methode ist, um herauszufinden, was ist, sondern auch, um herauszufinden, was sein soll. Also um ethisches Verhalten zu ergründen und zu bewerten. Diese Ansicht wird meines Wissens oft bestritten und unter anderem auf den schottischen Philosophen David Hume verwiesen. So steht in Wikipedia, Zitat, bereits David Hume hatte darauf hingewiesen, dass man ohne zusätzliche Annahmen nicht von einer Beschreibung des Zustands der Welt auf ein ethisches Gebot schliessen kann. Klammere Humes Gesetz. Der Versuch, so zu schliessen, wird daher auch als Sein-Sollen-Fehlschluss bezeichnet. Zitat Ende. Diese Ansicht wird dann oft gebraucht, um zu behaupten, dass man mit der wissenschaftlichen Erkenntnismethode nur Ist-Beschreibungen, also Fakten ergründen kann, aber nichts zu ethischem Verhalten, also Sollens-Aussagen machen darf. Ich glaube, dass Hume falsch liegt. Und wieso ich das glaube, würde ich dir jetzt gerne kurz beschreiben. Im Buch Jenseits von Gut und Böse, dieses Buch hier von Michael Schmid Salomon, steht Folgendes. Zitat Die sinnliche Unterscheidung von Wohl und Wehe war ein entscheidender Schritt in der Evolution, denn erst mit ihr kam Bedeutung in die Welt. Und zweitens Schliesslich lässt sich zeigen, dass die Differenz von Wohl und Wehe auch beim Menschen die Basis jeder Bedeutungszuschreibung ist. Also die Unterscheidung von Wohl und Wehe ist die Basis jeder Bedeutungszuschreibung beim Menschen. Für mich ist, also jetzt wieder ich, für mich ist dies eine sehr wichtige Erkenntnis. Jedes empfindsame Wesen, und dazu gehört auch der Mensch, möchte Wohl erhöhen und Leid verringern. Und jedes empfindsame Wesen ist ein realer, wissenschaftlich erforschbarer Prozess in der Welt und kann deshalb inklusive seinem Gehirn, seinem Bewusstsein und seinem Wohlbefinden wissenschaftlich kritisch erforscht werden. Sam Harris schreibt dazu in seinem Buch »The Moral Landscape« folgendes, Zitat übersetzt aus dem Englischen. »Das Argument, das ich in diesem Buch vorbringe, ist sicherlich umstritten, beruht aber auf einer sehr einfachen Prämisse. Das menschliche Wohlbefinden hängt vollständig von den Ereignissen in der Welt und vom Zustand des menschlichen Gehirns ab. Folglich muss es wissenschaftliche Wahrheiten geben, die man darüber wissen kann. Ein genaueres Verständnis dieser Wahrheiten wird uns dazu zwingen, klare Unterscheidungen zwischen verschiedenen Arten des Zusammenlebens zu treffen und einige als besser oder schlechter mehr oder weniger faktengetreu und mehr oder weniger ethisch zu beurteilen. Und ein zweites Zitat. »Ich werde jedoch argumentieren, dass Fragen über Werte, über Sinn, Moral und den grösseren Zweck des Lebens in Wirklichkeit Fragen über das Wohlergehen bewusster Lebewesen sind. Werte lassen sich daher in Fakten übersetzen, die wissenschaftlich verstanden werden können. Nach einer Auslassung. Je mehr wir uns auf der Ebene des Gehirns verstehen, desto mehr werden wir erkennen, dass es richtige und falsche Antworten auf die Fragen nach den menschlichen Werten gibt. Zitat Ende. Jetzt ich nochmals. Ich stimme Sam Harris zu. Jedes Lebewesen hat seinem Wesen entsprechende Bedürfnisse und versucht deshalb, diese Bedürfnisse zu befriedigen und Leid zu verhindern. Wie es für jedes Tier artgerechtere und weniger artgerechte Lebensumstände gibt, gibt es auch für den Menschen menschengerechtere und weniger menschengerechtere Lebensumstände. Jeder von uns benötigt zum Beispiel Sauerstoff zum Atmen. Und daraus kann man logisch, empirisch herleiten, dass seine Welt für jeden Menschen Sauerstoff anbieten sollte. Und so weiter. Die Bedürfnispyramide von Abraham Maslow finde ich zum Beispiel eine ziemlich gute Veranschaulichung universeller, kulturübergreifender, menschlicher Bedürfnisse. Und so ist es meiner Ansicht nach eine logische, wissenschaftliche Aussage, dass wir dafür sorgen sollten, dass möglichst alle Menschen einen Grossteil dieser Bedürfnisse befriedigen können. Und dies im Wissen, wie es Sam Harris in seinem Buch beschreibt, dass es durchaus verschiedene Wege oder Lösungen geben kann, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Aber einige Lösungsvorschläge und reale Zustände in der Welt können wir als offensichtlich leidbringend beziehungsweise unmenschlich bezeichnen und uns für menschenwürdigere, wohlfördernde Lösungsvorschläge und Zustände einsetzen. Du kennst bestimmt das Zitat Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind. Meiner Ansicht nach ist der erste Teil des Zitats deshalb falsch. Wissenschaft ohne Religion ist nicht lahm. Wissenschaft ist nur dann lahm, wenn sie nicht erkennt, dass Sein und Sollen eine Einheit bilden und wir aus dem wissenschaftlichen, kritischen Denken ethische Aussagen tätigen können und müssen. Ethisches Handeln muss meiner Ansicht nach durch kritisches, wissenschaftliches Denken ergründet und hergeleitet werden. Wir Menschen haben deshalb, meiner Meinung nach, als vereinte Menschheit, als Team Mensch sozusagen, die schwierige, unendliche Aufgabe, unser unvollständiges Verständnis der Welt und damit auch des Wohlergehens von uns Menschen und anderen empfindsamen Tieren, durch kritisches, wissenschaftliches Denken immer weiter zu verstehen und zu verfeinern, damit wir unsere Handlungen so ausführen können, damit diese so viel Wohl wie möglich erzeugen und so wenig Leid wie möglich verursachen. Die kritische, wissenschaftliche Denkmethode ist dazu unser bestes Werkzeug und Lösungsvorschläge, welche daraus hervorgehen, sind meiner Ansicht keine Ideologien, sondern Argumente, da wir in der kritischen, wissenschaftlichen Denkmethode immer offen für bessere Argumente und bessere Erkenntnisse bleiben. Die Ansicht, dass Sein, Sollen ein Fehlschluss ist, ist aus meiner Sicht deshalb selbst ein Fehlschluss. Sein und Sollen bilden meiner Meinung nach eine Einheit beziehungsweise sind Teil des gleichen Prozesses kritischen, wissenschaftlichen Denkens. Ich hoffe, meine Argumentation war einigermassen nachvollziehbar und mich würde interessieren, was dir da für Gedanken in den Sinn kommen. Okay. Diese